Du merkst, dass Dalu von seiner Mittelohrentziehung geschwächt ist. Ich dachte, das war ja nicht mehr Clip-Rolle jetzt. Ich wünsche Dalu auch wirklich alles gut, habe ich ihm auch schon persönlich bei Whatsapp geschrieben. Für mich sind die Fonds von Dalu besser. Die Mittelohrentziehung, die setzt ihm zu. Das merkt man schon. Ich hoffe, dem geht es bald besser. Ein Rennspiel. Ich habe zwei oder drei Stunden in dem Spiel und fahre hier ganz oben mit. Das ist durch. Ich hoffe, die haben irgendwelche Pokale. Ich habe hier noch ein bisschen Platz. Guck mal, was hier für den Müll rumsteht. Eine Cola, fünf Jahreswettung und Coin. Ich brauche ein paar mehr Pokale. Machen wir das fertig hier. Kills. Kills. Apropos auf allem nicht uns noch was. Ich werde es genauso machen, wenn irgendwas stimmt dann nicht. Naja, das ist ja bestimmt meine Lieferdose gesehen. Das ist ja echt easy. Ach. Ach. Jaaaa. Die Zeit umgehe. Ne. Endlich, Alter. Wer kommt jetzt von hinten? Nein. 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 Oh mein Gott. Alter, was ist? Oh mein Gott. Ich springe auch meistens Richtung Mitte, aber ich habe halt noch nicht genau die Mitte geholfen. Und nimm mal Fragile mit, weil du hier das hier machst. Du landest hier, drückst Gas und Bremsen und dein Auto macht den Turn hier. Jaaaa. Let's fucking go. Und durch den Fragile passiert dieser Turn. Boah, der war aber richtig schwer. Endlich sagt es mal einer. Muss auch mal gesagt werden. Naja. Du hast gesagt, Gold-Nova, Timmy mir, warum ich im Matchmaking erlangt von Simple einen Headshot bekomme. Niemand im Chat hat auch nur einen Kaki-Finish. Niemand. So! Ihr Idioten, Bau auch jetzt... Also baue auch nicht einen neuen Kmh oder J classe Elijah. Gib ihn, du Sau! Was ist mein благ? Ich komme nicht ins Radio Amt! Gib ihn, schlag da zu!!! Übung. Ich komme nicht rein. Ich komme nicht hintenvdann. Ist keine conseguen im anderen Feld! Darf ich mich her! Das willst du nicht! Alright. Hotel? Boah, mir wird schlecht, mir wird schlecht. Ah, ich verblute! Dann lande bitte vorher! Hör auf, hör auf! Wieder hoch, wieder hoch! Wir stürzen! Du hast es nicht im Griff, Gibi! Einfach runter, ich will einfach da runter! Nein, nein, nein! Das war's! Duasch! Gibi, den kaufst du mir jetzt neu! Nein! Leider! Und er lag natürlich das Glurak! Und er kriegt wirklich das Glurak noch! Aber das war auch ein geiles Arzt! Irgendwie... Deine Jumps? Man! Bei mich hieß es auch nicht! Man, viel zu tief geht es! Ohja, jetzt! Jetzt! Mach mich weg hier! Drecksgame! Ja, das spielt Trickmania! Das soll kackig kommen! Und dann noch mit diesem Schweinchen-Sticker drauf! Die wollte ich mir mal craften, auf jeden Fall! Ein paar Revolver sind eigentlich auch nicht so schlecht! Dann schon Usara für die zwei Monate! Und dann schon Airwhite! Ne! Sind die geil? Ja, geht so! What the fuck? Sport loves Big Game! Viel Test! Ist jetzt noch keiner raus! Weil die Frage ist natürlich immer, wie viel du halt riskierst bei diesen Pipes! Lens, geh aus dem Stream! Mach dich mal! Lens, mach den Stream aus! Okay, das war's completely! Gas bremser, gas bremser, gas bremser Ich hab'n Schwert, ich hab'n Schwert und es ist ein Vanilla, es ist natürlich Ja, ich würde jetzt noch mal eine Minute warten, also geröstet ist noch nichts Ich hab' den Fehler gemerkt Was? Was ist das? Ich hatte nur die kleine an, ich wusste nicht, dass da zwei sind Den habe ich noch nie gesehen, den Knopf Ja, es war jetzt nur die kleine in der Mitte an und nicht alles Achso, den habe ich noch nie gesehen, dass da so ein Knopf ist, warte mal, ich zeig dir mal, vielleicht sieht man den Ne, sieht man nicht, also ich hab' hier halt Touch, ne, zum Einstellen Und hier kannst du irgendwie so drücken, dass... Die Größe Ja, 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 auch Hast du das hier auch nie gemacht? Ne Wie? Ja, das ging immer einfach Mein Gott Ja, du hast ja jetzt dran rumgewurschtelt Guck mal, ich hab' hier auch irgendwelche Timer und so, ich weiß gar nicht, was das alles ist, das seh' ich auch zum ersten Mal Einen, ich will nicht mehr, ein, zwei, einen So, ich adjuste nicht Und es war ne gute Entscheidung Speed ist ultra krank, viel zu weit, glaub' ich Oh ne, das ging Jetzt aber, oder? Soll ich mal nach rechts Soll ich mal nach rechts, oder? Soll ich mal nach rechts, oder? Ganz locker vom Gas gehen Jaaaa Let's fucking go, man Das lade ich ungeschnitten auf YouTube hoch Die schlimmsten 5 Minuten in meiner Trickmania Karriere Und noch schön das, und schön das mittlere Finish genommen Weil jetzt nochmal direkt hinterher, weil es so schön war Boah, das wär wild gewesen Boah, endlich, Alter Wurde noch nie in meinem Leben so beschissen Jetzt 360er, und jetzt dreh dich Fahr links rum Drei Dreh, die 360er Der Rest habe ich schon fertig vor mir liegen Der Rest liegt vorbereitet und fertig vor mir Das ist nur zusammenstecken Zack 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 Und weil ich noch so viel Zeit hab Nehmen wir nochmal die Inners raus Machen wir nochmal ein 360er Da ist er Da ist er Wir brauchen eine sehr lange Sitzung dann, da kann man ja nichts machen Lol, Master Trolls Jetzt Ich hab's Easy Das war auch viel Grind, so die letzten 2 Jahre habe ich schon echt hart und viel gegrindet Also, da waren etliche 80 bis 90 Stunden wochen dabei Jetzt Yo Ja Auch nicht das, was du willst Damaskus Steel ist eins der Medium Messer Das hätte auch ein Marble Fade oder sowas werden können Es ist aber ein Messer Und damit ist es Proven, dass der Silber 1 Account was bringt Es wird aber leider kein Play Messer sein Was ich spielen werde Und ihr werdet gleich oben in der Mitte des Screens zwei Zahlen sehen, die von 100 runterlaufen Jede Runde geht 5 Minuten Und es gibt 3 Capture Spots, die seht ihr jetzt oben auf der Map A, B, C Wenn einer aufleuchtet, willst du mit deinem Team den halten Und wenn du da draufstehst, läuft dein Timer nicht runter Also da seht ihr die Punkte von den Teams Du willst nicht auf 0 kommen Das erste Team, was von 100 auf 0 runterkommt, verliert Wenn du auf dem Spot stehst, ist dein Timer quasi eingefroren Und jeden Kill, den du machst, ist ein Minuspunkt für das Gegnerteam Das heißt, du möchtest, so oft es geht, versuchen den Timer für dein Team zu stoppen Den möglichst lang zu halten und währenddessen im Optimalfall die Gegner zu killen Und ihr werdet gleich oben in der Mitte des Screens zwei Zahlen sehen, die von 100 runterlaufen Jede Runde geht 5 Minuten Und es gibt 3 Capture Spots, die seht ihr jetzt oben auf der Map A, B, C Wenn einer aufleuchtet, willst du mit deinem Team den halten Und wenn du da draufstehst, läuft dein Timer nicht runter Also da seht ihr die Punkte von den Teams Du willst nicht auf 0 kommen Das erste Team, was von 100 auf 0 runterkommt, verliert Wenn du auf dem Spot stehst, ist dein Timer quasi eingefroren Und jeden Kill, den du machst, ist ein Minuspunkt für das Gegnerteam Das heißt, du möchtest, so oft es geht, versuchen den Timer für dein Team zu stoppen Den möglichst lang zu halten und währenddessen im Optimalfall die Gegner zu killen Die müsste deswegen schnitzen Ja, hat er auch Oh, 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 maybe, maybe Oh mein Gott, das wird ganz eng, das wird eine ganz enge Nummer Ohhhh Hier ist so schlecht, ich muss gleich kotzen Oh, das ist mir schwindelig Oh mein Gott, hier ist Outset, hier ist voll Outset Ich kippe Jaaaa Let's gooo Oh mein Gott Playoffs Wir brauchen doch nur eine Gabel Oh, ich weiß nicht Ja Wir brauchen doch nur eine Gabel Wir brauchen doch einfach nur eine Gabel Wir brauchen doch auch nur eine Gabel Und an alles, was reinkommt Ich kann, das kann gar nicht krank sein, ne? Ja, ich, ich, ich... Ja, ich... Das ist das Oh, ich, ja Oh, das ist ja Das ist mit dem ... ...geholt Hier kann ich hier rein Guckt auf den gelben Bus Das ist Paul, der ist auch fast tot Oh, ich wollte auch noch nachholen es gibt probleme ich bin tatsächlich tot mein auto da ist ich bin nur noch ein reifen ich kann ich glaube das ist dann besser in der mitte hast du links den weg zu a das ist highway wie heißt das bei pietz mit wie kalt ihr das das ist aber eher nicht so gut ein rand musik von daloo an gucken das war pures lack und da brüster am ende wollte das komplett die korve reingebaut dass am ende die letzte kurve einfach fett gelackt hat hat doch keiner der doch eigentlich wird auch keine ahnung was passiert eigentlich da wollte ich wahrscheinlich noch mal press forward das ist echt eine safe spot was ich hätte zurückgehen können da war ich so hungrig wollte im fact und wir mal rein beten mbappé gegen jan sommer mbappé gegen jan sommer der schweidenkönig semmelt den daneben verdammt geil und jetzt netzen die sind da reingekutscher die schweine mit absicht oder klar mit absicht genau im richtigen moment umgedreht ach du scheiße ich hab überlebt ich hab überlebt jockel schon wieder was geht denn bei dem abschneiden ja der der hat die ak gezogen und das knife und die handschuhe die sind aber widerlich die sind battle scouts die sind aber zum kotzen third commando company ok die sind vielleicht wie teuer sind die 70 euro 60 euro vielleicht nicht mehr nicht mehr ja 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 jetzt muss ich hier wieder auf wr gehen man war ganz fix jetzt oder ich brauche fokus wenn ich jetzt da gut reingehe und mich sehr tilt war nicht schlecht war nicht schlecht aber ich bin zu slow glaube ich nein das passiert jetzt nicht nein 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 ich habe keine Zeit oder das ist doch nicht wahr Mache Jajes Jajes das ist jetzt, bist du zum разгon ich hab äh, das war komisch ich hatte ein standbild ich dachte dann hat es gericht ich glaube, es ist derieg und hab dann einfach nur nach dem Gas gedrückt Ja bei mir gerade irgendwann zum Beispiel auch, ich hab auch Full-on Gas gedrückt und das war dann geil, wenn ich mir dann was hochbekommen habe. Ja das macht also de facto auch eigentlich nur Aptik-Mull-Map. Wirklich free, ich geh Cup-of-the-Dave fahren. Ja. Ich geh Cup-of-the-Dave. Willst du den ersten Gewinner ziehen? Wir können den ersten Gewinner da reingucken. Wie ihr wollt. Oh, Knife? Oh, Knife, Knife. Knife, Knife, macht euch rein. Knife, Knife. Wer? Oh, Patrick! Oh, Shadow-Deggers-Lore! Oh mein Gott, Loa! Shadow-Deggers-Lore! Was geht denn hier ab? Geil, geil. Loa. Was sind die Werbe? Shadow-Deggers-Lore, 1 Euro, 2 Euro. Viel testet. 200 Euro. Boah, ey. Shadow-Deggers sind halt nicht so geil, aber Loa ist so geil. Fünfte schon. Es war schon fünf, glaube ich. Die anderen hab ich gar nicht mal als Knife gezählt. Ja, du hast recht. Shadow-Deggers sind halt nicht so lieb. Das ist schon fett. Ja, ja. Das ist geil. Jo. Hi. Weiter-Clip fürs Video am Ende. Ich hab mehr Fails als irgendwas. Ja. Das geht doch, also das gibt's doch wirklich nicht. Das ist schwerer da, da zu hitten, als einfach mal ins Ziel zu kommen. So, und was ist das jetzt wieder für ein Idioten-Flip hier? Drecks-Beta-Toaster war auch aus Scheiß-Wicked-Clain da. Oder jetzt reicht's. Mann! Das kann sich echt nicht aussehen. Hey! 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 Oh, guck mal, da sind ein paar Stuff-Leute im Chat. Da sind ein paar Stuff-Leute im Chat. Wollt ihr was sagen? Eventuell passiert da jetzt was. Eventuell? Drück auf... Was, 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 was? Es ist doch immer, Gwen, ne? No, midnight, glory, forest, Gwen! Aber es ist geil. War Gwen C, T oder T? Was hat die gezogen? Scheiße, du musst den gewinnen. T, 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 T. No, map, T, T. Siehst du gewinnen? Ja. Boah, bei drei Messer schon. Boah, hilf! Das war echt widerlich. Also das ist ja echt schmutzig. Ja. Wenn das noch ein 9 ist, bin ich ein Lacker. Was? Sag mal, haben die geraucht? PSA 10? Die kann ich an einer Hand nicht abzählen, die weißen Specs da unten. Gesundheit. Danke. Die haben aber richtig gute Laune gehabt bei PSA den Tag, oder was? Kann das sein, dass das gar nicht Jenny ist? Auf jeden Fall. Das bedeutet, beide wollen auf jeden Fall ... Ist das die wahre Jenny? ... unter der ewigen Liebe eintreten, bis das der ... Achso, jetzt muss ich das nochmal fragen, ne? Ist das jetzt der Punkt, wo ich jetzt frage? Hört sich Dank für die zwei Jahre. Ja, genau. Ja, genau. Also, Leute, toll. Also, liebe Jenny, willst du den hier angewesenden eisernen Becher zu deinem ... Was ist hier los? Oh mein Gott! 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 Ja, ja, bitte, bitte, mal was Gutes wieder! Nein. Sind die gut? Ja, die sind glaub ich geil! Die hab ich schon mal gezogen in Battleskarten und hab gesagt, für viel Testet hätt ich die genommen. Oh, ich dachte schon, das ist Instacel. Nein, der ist in Jungle. 275 Euro nur? Oh Gott, ey! Nein! 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 Ich schreie auf den Feuer! Nein! Nein! Was, 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 was? Nein! Uh! Falco Black Lemonade, das ist meins. Falco Black Lemonade. Habt ihr auch gemacht? Ja. Ja. Echt? Wieso hab ich die Scheiße auf Deutsch? Also Jockel macht für mich mit auf. Wie die anderen auch. Was ist das? Okay, beide kommen uns zurück an, Kirby. Ist Jockel ein T oder CT? C. 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 Jockel, vor allem. Was ist jetzt ab direkt? Jockel. Man, Jockel. Oh! Minimale Ware. Ich zeig's dir mal, das wird gezogen. Zeig mir mal Black Limit Numberware. Da sind so Bälle drin. Da muss ich die ganze Zeit drücken. Oh, Lucy Cat? Oh ja. Ja, das ist geil. Ich muss drücken, wenn du ein Paket hast, würde ich drüber freuen. So ist es, guck mal hier, ich kann auch so. Und wenn Nadig mir ein Paket schickt, ist es so. Wie so, siehst du? Ja. Und dann kommt so ein geiles Paket wie jetzt. Ja, ist geil. Ungespart beim Kauf von drei Skins. Das ist der Ausrufezeichen Skimmeron. Ausrufezeichen Skimmeron. Und weil ich mir jetzt nach der Pro Max und so den Mund vor sich geredet habe, muss ich ein bisschen was trinken. Und da kann ich euch den Ausrufezeichen Infinity empfehlen. Ah, ist das lecker. Lass mich nochmal in meinem Stuhl niedersenken. Oh, der ist aber schön. Der ist aber sehr schön. Das ist ein Game Changer, oder? Nee. Ausrufezeichen Game Changer. Boah, fühle ich mich wohl hier. Was ist denn das? Was sind das? Sind das Ausrufezeichen Displayed? Nee, oder? Das sind Hörlooks. Das sind Ausrufezeichen Hörlooks. Check das absolut mal ab. Scheiße, was habe ich noch als Partner? Ich muss gucken. Alter, jetzt klingelt es aber doch. Oh komm, jetzt ich auch oder Ruder, du. Lebens du überhaupt Ruder? Ja, 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 ja. Ich lebe, ich lebe. Ach, Junge. Nee, hebel. Nicht leben. Achso, ja, ja, ja. Nicht leben. Bitte, Jesus! Ja! Na ja, Mann, scheiße. Ich find's nicht so geil. Ich find's aber gut. Ja! Ich bin mal nines. Ich bin mal nines. Okay, ist das Stopp? Geht's jetzt. Oh, geht's jetzt. Jetzt ist Nummer vier, Turan. Und jetzt kommt Tor Nummer fünf. Aber du musst jetzt erst nochmal landen. Und dann musst du den richtigen Wurm. Oh, hab ich... Wir sind echt политiker zu ut. Nee! N spelling couldn't see. Of course. trigger advantage. Hüß, das ist der Mann. Autotronic? Ey, ist das meins? Ist das meins? Ist das nnz? Falsch. Nein, ich hab's weggeworfen. Eine Sekunde... Dalu ist erster. Nee... Dalu ist erster. Was lag der denn da, du Erster? Der hat bestimmt am Ende ist er irgendwie so reingebaut, dass er da komplett durchgekommen ist. Ich geh glaube ich kurz bei DALON 2 nach. Ich hab die IP nicht, scheiße. Auf ein paar hab ich ein Herz gemalt, auf ein paar hab ich das Schwein im Logo versucht draufzumalen. Ja, Tobi! Nein, nein! Factory New! Der Baron hat dir so viel Glück gebracht. Alter Schwede. Zuletzt verkauft für 460 Euro. Davor für 250. Boah, das ist richtig fett. Factory New und Lore, hab ich noch nie gezogen. Die Chili schmeckt. Oh Gott, scheiße, wir müssen Chili fressen. Scheiße, wahrscheinlich hab ich noch die Karte geplippt oder so. Wir müssen Chili fressen, hab ich ganz vergessen. Fuck. Entschuldigung. Ja? Schick mir eine Opfer einfach, ja? Ja, Tobi! Nein! Was? Hypergloss, Black Tie, sind die was? Das ist geil! Ohhhh! Finden die geil? Minimalware! Oh nein! Scheiße, jetzt muss ich die Nutze essen. Oh shit! Sind die wert? 1.000 Euro! 1.000 Euro! Steck mir eine Opfer einfach, ja? 1.000 Euro! Vielen Dank.